Ein großes Projekt wirft beim Theaterverein Neue Wasser e.V. erneut seine Schatten voraus. Ein solches Projekt bedarf einer langfristigen Vorbereitung. Ja, wir haben ja im nächsten Jahr vor dem 235. Jahrestag der Begegnung Friedrich Schillers mit seinem großen Gönner Christian Körner in Kahnsdorf zu begehen. Ein neues Theaterstück, das Traute Du, soll das heißen, ist fertig und wird nach einer Vorlesung, die jetzt im November stattgefunden hat, Anfang Januar bespielt. Da werden also faktisch die Proben dann richtig beginnen. In dem Theaterstück, in dem neuen, ist das die Theatergruppe Neue Wasser. Da sind bis jetzt zwölf Darsteller erst mal involviert. Es kommen alle, die noch in der Theatergruppe mitmachen wollen. Die können jederzeit zu uns kommen und es wird für jeden eine kleine Rolle geben, so dass jeder sagen kann, ich möchte mit. Erst mal reinschnuppern, sagen, so wie es ist. Ich spiele Ferdinand Huber, ein Freigeist, der auch Gedichte und alles so drum geschrieben hat. Der hat bei den Fragen gut ankommt und sowas spiele ich dann diesmal. Am 5. Juli 2020 wird das Projekt Schiller in Kahnsdorf zum Auftritt kommen. Eine Wiederholung ist im Rahmen des Borna Zwiebelfestes vorgesehen. In Wahrheit sollen wir doch nur die Schulden...